Ja hallo und willkommen zu Pumps Nummer 6. Ich begrüße alle Zuhörer, die jetzt zuhause sitzen und sich den Pumps anhören, weil ich glaube recht viele sind dieses Wochenende in Oberhausen, weil da ist ja wieder das Weekend of Hell und habt ihr mitbekommen, wer alles abgesagt hat, in Anführungsstrichen, abgesagt. Allen voraus Linda Blair und so eine Handvoll anderer Schauspieler auch, die eigentlich eingeladen wurden und den fiel jetzt ein Animist, wir können doch nicht kommen, weil die Pilotsendungen fangen ja an. Also wir müssen eine Pilotsendung für Serien und so weiter drehen und Linda Blair hat gesagt, nee, die politische Situation in Europa beziehungsweise in Deutschland gefällt ihr nicht und sie muss in Amerika bleiben, weil Amerika braucht sie. Läuft. Also eigentlich der größte Aufhänger, Linda Blair, die kleine Truller da gespielt hat in The Exorcist. Bleibt zu Hause, aber die Tickets sind schon bezahlt. Ich will jetzt nicht gegen das Weekend of Hell ranten, aber das war ganz lustig, weil auf der Weekend of Hell Seite auf Facebook haben Leute dann gefragt, ja, aber ich bin eigentlich nur wegen Linda Blair da und ich habe schon ein Fotoshooting und so weiter mit der bezahlt. Das kann man ja alles im Vorhinein machen. Und dann hieß das so, ja, du kannst das natürlich, du kriegst das Geld wieder. Also du kannst sozusagen das umtauschen beziehungsweise gegen anderes Fotoshooting umtauschen oder du bekommst das Geld wieder, musst aber leider herfahren. Geil. Diese, ich sag mal, Marketingpolitik, großartig. Ich bin leider nicht da, aber irgendwie keinen Bock und auch irgendwie kein Geld. Und was soll ich denn da? Naja, aber ich wünsche euch allen viel Spaß, die auf dem Weekend of Hell gerade ihr Geld verbraten, ihr wohlverdientes, kauft schön ein und trinkt einen für mich mit. Habt ihr das mitbekommen? In den Niederlanden hat irgendwie so eine Drogeriekette, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich daran denke, eine Drogeriekette hat so eine Malbücher, so Malen nach Zahlen verkauft und die Leute haben es dann so ausgemalt und ihnen ist aufgefallen, oh, das ist doch Adolf Hitler. Also die Drogeriekette hat ein Buch in Auftrag gegeben mit einem Adolf Hitler-Ausmalbild, wo er da so als Cartoon-Figur steht mit seiner rechten Hand nach oben und Leute haben dann gesagt, oh, das ist doch nicht rechtens, so merke ich jetzt so beim Ausmalen. Und es gibt wirklich Bilder im Internet, die so einen ausgemalten Adolf Hitler zeigen. Ich verlinke das unten. Ich glaube, das habe ich irgendwie beim Spiegel mal gelesen oder so. Aber wenn es euch interessiert, ist das ganz witzig. Unten in der Infobox findet ihr auf jeden Fall den Bericht. Es ist so lustig. Adolf Hitler, Ausmalbuch. Und das Ding ist auch, wissen wir auch nicht, wie das da reinkommt. Nö, also blöd gelaufen. Tut uns natürlich wahnsinnig leid. Wir entschuldigen uns bei allen Leuten, die jetzt Missfallen an dem Bild gefunden haben. Aber können wir auch nichts machen. Also wir haben keine Ahnung, wie das da reinkommt. Da frage ich mich, welcher Schelm der Schabernack im Kopf hat. Hat bitteschön Adolf Hitler da reingemacht? Das Adolf Hitler-Ausmalbuch. Das ist unglaublich schön. Also schön nicht, also es ist lustig. Nicht schön, aber es ist, das ist so Humor, der mir gefällt. Obwohl ich glaube, keiner meinte, das ist witzig. Aber warum? Ich meine, wo kommt dieses Adolf Hitler-Ausmalbild her? Frage ich mich. So, die schönsten NSDAP-Bilder zum Ausmalen. Jetzt neu. Ich weiß nicht, oh, das nehmen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir brauchen noch auf Seite 25, nee, auf Seite 88. Auf Seite 88 fehlt uns noch ein Bild. Okay, machen wir das. Das, ne? Das mit Adolf. Das ist gut. Finde ich wahnsinnig lustig. Was ich auch lustig finde, ist, das, was Campino beim Echo gesagt hat. Also der Echo, dieses, diese ganz schlimme deutsche Veranstaltung, wo, ja, deutsche Künstler oder, ne, ein Echo bekommen. Also sowas wie der Grammy in Amerika, der Echo hier in Deutschland. Ganz, ganz widerliche Veranstaltung. Und Campino hat sich ja in seiner Rede aufgeregt über Jan Böhmermann. Was hat er nochmal gesagt? Ich habe, glaube ich, den Tab hier irgendwo offen. Moment, ich zitiere. Ähm, äh, boh, 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 Moment. Ähm, was hat er gesagt? Ich, ne? Campino. Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch und konservativ, aber im Gegensatz zu diesem Böhmermannschen Zeitgeistgeplapper finde ich durchaus, dass Musik und soziales Engagement zusammenpassen. Und ich möchte hiermit jeden Künstler aufrufen, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen, wenn er sich für irgendwas sozial engagieren will oder sich nützlich machen will. Nur noch ein Satz zu diesem Thema. Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch, das nicht in der Lage ist, sich konstruktiv einzubringen. Vielen Dank. In diesem Sinne, Film ab für Viva con Agua. Ja. Der alte Punk, ich glaube, er geht auf die 60 zu, ich glaube, ähm, ist jetzt doch ein wenig, äh, konservativer geworden als der Böhmermann. Ähm, jemand, der so tut, als wäre er immer noch Punk, mit seinen zig Millionen auf dem Konto, ähm, ist jetzt der konservative Arsch, der sich angepisst fühlt von, ähm, so einem kleinen Typen, der aussieht, als würde er CDU wählen, so mit seinem Anzug und so weiter, der aber viel rebellischer in seinem Handeln ist, als, ähm, ja, der Punk, in Anführungsstrichen. Worum geht's? Ähm, es geht ja darum, dass, ich glaube, Böhmermann im Jahre 2014 oder 13, ich weiß nicht ganz genau, ähm, dieses deutsche Band Aid, was, äh, Campino ins Leben gerufen hat, verunglimpft hat. Ähm, da gab's so eine Kategorie, äh, bei Neo Magazin Royale, das hieß Eier aus Stahl. Und, äh, dieser Preis, beziehungsweise, ähm, diese Rubrik, äh, beim Neo Magazin Royale ging dann so an Campino, weil, ähm, er hat einen Song für Afrika gemacht und hat dann so Crow ins Boot geholt und Jan-Joseph Liefers und so weiter und Liefers macht irgendwie Werbung für, äh, Ferrero Rocher und Crow macht Werbung für McDonalds und das hat er so ein bisschen, ähm, ja, satirisch, äh, durch den Kakao gezogen, was man natürlich auch, äh, komplett versteht. Und, ähm, er hat dann auch so erzählt, ja, okay, die Leute wollen natürlich nicht Werbung für ihr, ähm, Album machen oder sind vertraglich gebunden, das zu machen, weil sie bei Universal Musik unter Vertrag stehen. Nee, sie wollen es aus freien Stücken machen und da hat sich Campino drüber aufgeregt und jetzt, drei, vier Jahre später, ähm, ist er immer noch nicht drüber weg. Also, er ist immer noch angepisst und, ähm, er hat ja auch gesagt, ähm, noch etwas zu diesem Thema. Ähm, dann wiederum lieber uncool sein als ein cooles Arschloch. Was ja eigentlich, ne, noch etwas zu dem Thema bedeutet ja, ich mag Böhmermann nicht. Das ist ein, ähm, cooles Arschloch und ich bin halt uncool. Hat es dann irgendwann wieder revidiert und hat gesagt, so, nein, das meinte ich ja gar nicht so und, äh, bla, bla, bla und hat sich dann wieder rausgezogen. Und ich finde das einfach wahnsinnig komisch, dass, ähm, ich sag mal, eine, eine Punkband in Anführungsstrichen sich sowas von verkauft und, äh, auch beim Echo auftritt und, und dann irgendwie dafür noch Geld bekommt. Und, naja, Böhmermann hat jetzt, äh, hat jetzt ja auch einen neuen Hit. Ähm, ach, wie hieß es nochmal? Welt, Sonne, Mond und Sterne? Ne, warte mal, ich guck nochmal. Ähm, 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 der Song heißt, er singt ihn unter dem Pseudonym Jimpansko und, äh, wie hieß es nochmal? Menschen leben, tanzen Welt. Ähm, und das ist ein Lied, was, ähm, er mit seiner Firma da produziert hat. Und das Geile ist, ähm, er redet nur, ähm, Werbetexte nach. Also, er singt Werbetexte nach. Äh, so Strom ist gelb und, ähm, pfff, so weiter und so fort. Und auch, ähm, Tweets von, äh, großen YouTubern, so Bibi und, wie heißt der, Sammy Salami oder wie der heißt. Und, ähm, die Tweets und die Werbeslogans hat er alle in ein Lied gepackt. Und das Lied hat wirklich Chartpotenzial. Und es wurde ihm auch bestätigt, weil innerhalb von kürzester Zeit war das Nummer eins in den iTunes-Charts. Und er spekuliert jetzt drauf, dass er mit dem Lied, was er sozusagen über diese, ähm, etwas merkwürdigere, äh, Pop-Industrie in Deutschland, äh, gemacht hat. Er spekuliert jetzt drauf, dass er mit dem Lied, weil er so erfolgreich ist, nächstes Jahr beim Echo dabei ist. Und da freue ich mich drauf. Also, Jan Böhmermann ist, äh, sozusagen, der, der letzte Retter der Kultur. Was er alles so gemacht hat und ich bin auf jeden Fall auf, äh, Böhmermanns Seite und nicht auf Campinos Seite, weil ich war noch nie ein großer Tote-Hosen-Fan. Okay, damals so Opel-Gang, das Album und so weiter, war noch ganz gut, aber irgendwann ließ das so nach. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist ja auch wieder so ein Thema, ne? Für was, für was entscheidet man sich? Beatles, Stones oder, ähm, Blur Oasis. Damals war es ja auch so Toten Hosen und die Ärzte. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit den Ärzten viel mehr anfangen, weil, ähm, sie einfach textlich, äh, sowas von over the top waren. Damals noch mit ab 18 das Album, ne? Geschwisterliebe und was es da alles so gibt. Und ich kann mit dem Humor der Ärzte viel mehr anfangen, als mit diesem, äh, Möchtegern Ernst, äh, Möchtegern Ernsten, nicht Ärzten, Möchtegern Ernsten der Toten Hosen jetzt. Aber es ist einfach nur geil. Hört euch mal das Lied an. Ähm, es ist auch unten verlinkt in der Infobox, wenn ihr das Lied mal hören wollt. Zum Anfang dachte ich auch so, okay, also, hm, die erste Strophe, ja, ein bisschen langweilig. Was will der Typ mir damit sagen? Ich habe leider die Ausgabe von Neo Magazin Royale nicht gesehen. Ich habe nur gemerkt, okay, da ist ein neues Lied von Böhmermann und habe es mir angehört, fand es ein bisschen lame und am Ende steht dann auch so, ja, dieses Lied ist nur durch Tweets entstanden oder durch irgendwelche Werbeslogans, wo ich mir wieder dachte, geil, das ist, äh, Gesellschaftskritik vom feinsten, so wie ich das eigentlich gerne habe. Und ich feiere das komplett. Ich finde es einfach nur geil. Hört euch das mal an, wenn ihr das noch nicht kennt. Unten in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Gut, ähm, mehr habe ich auch eigentlich fast gar nichts zu sagen, außer, ähm, dass die Anime-Verfilmungen, ähm, jetzt auf dem Vormarsch sind. Also, ähm, das Marvel-Universum ist ja schon dieses westliche Comic-Ding, was verfilmt wird. Ich bin kein großer Marvel-Fan, kann ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde, ähm, Guardians of the Galaxy finde ich ganz gut und, ähm, Ant-Man finde ich ganz gut. Äh, das war es eigentlich auch schon. Also, die neuen, ähm, Doktor, ne, Captain, ne, Doktor, ne, doch, Captain, Captain Morgan, nein, äh, Captain, ne, Doktor, ja, jetzt habe ich es. Doctor Strange mit, ähm, dem, äh, Cumberbatch. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich noch keine, äh, Meinung mehr zu bilden. Aber ich habe mal so Captain America gesehen und Avengers und ich denke mir so, oh, ja, okay, ich verstehe schon, warum Leute das mögen. Das ist halt, äh, großes Popcorn-Kino, alles geht in die Luft und man hat da so diese Figuren, die man vielleicht noch aus dem Comic kennt. Ich war auch kein großer, ähm, Marvel-Comic-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, damals war ich eher so der Spider-Man-Fan. Also, Spider-Man-Comics habe ich gerne gelesen, aber diesen Film Spider-Man, ja, kommt ja auch ein neuer Film raus. Oh, hör mehr auf, Alter. Ähm, wird ja auch eher so ein Teenie-Scheiß-Dreck werden. Also, ich kann damit jetzt nichts mehr anfangen, ganz ehrlich. Ich gucke mir das zwar an, ähm, wenn ich mal irgendwie wenig denken will auf dem Sofa, aber so richtig stolz bin ich nicht drauf. Also, ich will jetzt niemanden angreifen, der auf Avengers steht. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ihr alle, ja, ich sag mal, eher so hinterbliebene Leute seid, die nicht eigenständig denken wollen, sondern dem man alles vorkauen muss. Möchte ich nicht. Jeder hat sein gutes Recht dazu, äh, alles andere gut zu finden, was, was mir, äh, nicht gefällt. Ja, aber für mich ist das nix. Ähm, worauf wollte ich jetzt davon aus? Genau, ähm, es werden auch jetzt Anime-Filme gedreht. Ähm, der erste, der jetzt in letzter Zeit groß rauskam, war ja, ähm, Ghost in the Shell. Ähm, hab ich auch noch nicht gesehen, aber, äh, viele sagen ja, okay, technisch großartig gemacht, ähm, läuft, aber von der Storyline her, weil Ghost in the Shell ist natürlich doch, ähm, recht storylastig, äh, zumindest den Anime, den ich gesehen hab. Und ich glaub, das ist auch damals ein Manga gewesen, ich, oder war es gleich ein Anime? Ich hab keine Ahnung. Aber eigentlich ist ja fast immer alles zuerst ein Manga und wird dann ein Anime. Ähm, zumindest denk ich das so. Ähm, und Ghost in the Shell soll nicht mehr diesen sozialkritischen Ansatz haben, sondern dass die Story ein wenig entschlackt wurde, weil der, ähm, Zuschauer in der heutigen Zeit wird natürlich für blöd verkauft. Ähm, sprich, die großen Filmindustrien möchten nicht mehr unbedingt, dass der Mensch einen Film hinterfragt. Ähm, man muss es plastisch auf dem Bildschirm beziehungsweise auf der Leinwand sehen, damit man es auch versteht. Also, die Filmindustrie hält die Leute natürlich blöd. Ähm, guckt euch mal die Filme aus den 60ern, 70ern an. Da musste man auch teilweise mitdenken, damit man den Film überhaupt versteht. Oder man hat irgendwie den, äh, es hat vielleicht gar keinen Sinn, aber die Leute haben gedacht, okay, was ist der Sinn? Also, äh, Filme, äh, die zur Interaktion mit sich selber und auch mit dem Gegenüber vielleicht, also wenn man über Filme spricht, ähm, animieren. Und heutzutage ist alles so, okay, Bums, da geht was in die Luft, Peng, ja, das war's. Ähm, dann kommt vielleicht noch eine Anspielung jetzt bei den ganzen Marvel-Filmen auf den nächsten Film und dann, uh, bleib bloß lange sitzen im Kino, ähm, weil damit du auch noch irgendwie den, 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 äh, Afterspann-Film-Anspielungs-Ding ins Kirchen mitbekommst. Aber, ähm, wie gesagt, für mich ist das nix, aber, ähm, Groß-Dannes Schell, wenn der schon, ich, ich kann leider nicht aus Erfahrung sprechen, ich hab's nur gelesen, wenn der schon den, ähm, den Zuschauer an die Hand nimmt und, äh, nicht mehr so selber denken lässt, wie der Anime jetzt, also der Anime ist wirklich ein wenig komplexer, ähm, ist das schon wieder ein Weg in die falsche Richtung. Ich habe letztes Mal gesagt, dass wenn es ein Erfolg wird, ist es natürlich doch gut, dass der Film, ähm, jetzt die Anerkennung bekommt, äh, die er verdient hat, beziehungsweise der Roman, ähm, damals war es ja ein Fernsehfilm und jetzt ist das ein Kinofilm, aber wenn der gut wird, dann werden die ganzen Horrorfilme auch ein Remake bekommen. Bei dem Anime ist das genauso, Groß-Dannes Schell, okay, der läuft jetzt im Kino, ähm, ist vielleicht ein bisschen gefloppt, aber jetzt ist die Frage, ähm, die neuen Animes, die verfilmt werden, sind einmal Full-Metal-Alchemist und, ähm, Akira. Akira, einer meiner allerliebsten, äh, Anime-Filme, der wird in den USA gedreht und produziert, äh, wie heißt er nochmal, ähm, Full-Metal-Alchemist wird in Japan produziert und gedreht. Ähm, jetzt ist wieder die Frage, ähm, wird es vielleicht ein wenig komplexer, beziehungsweise so, wie der Anime eigentlich gedacht ist, gesellschaftskritisch, also Akira ist auch ziemlich gesellschaftskritisch. Über Full-Metal-Alchemist kann ich auch nichts sagen, habe ich auch nur ein, zwei Folgen mal auf Netflix gesehen, war nicht so meine Welt, weil ich mag eher so diese ernsten Anime-Filme und, und nicht dieses, wo auf einmal irgendjemand sich aufregt und dann kommen diese Schweißtropfen da raus und das Gesicht verzerrt sich so komisch. Das ist mir über Full-Metal-Alchemist aufgefallen, obwohl die Story auch ganz interessant klingt, aber Akira wird jetzt in Amerika produziert, wo ich mir denke, ähm, echt jetzt? Leute, muss das denn sein? Weil, ähm, als Anime, man kann halt vieles machen, wenn es Zeichentrick ist, auch diese ganze Brutalität und diese, äh, Mutation, die am Ende da entsteht und, ne, in Neo-Tokyo, da, da wo, ähm, Tetsuo, äh, war das Tetsuo? Tetsuo? Doch, ich glaub, Tetsuo. Wo hat er noch so mutiert und so weiter? Kann man natürlich, ähm, im Zeichenstil gut nachstellen. Wie wollen die das machen? Das wird doch auch wieder so ein CGI-Gewitter und, oh Gott, wann ist die ganze Scheiße mal dem Untergang geweiht? Wann ist der letzte CGI-Film gedreht? Ich, ich glaube nicht, nirgends wann. Also nie. Ähm, weil es natürlich auch relativ günstig, ne, also als, ja, so, wie The Thing, also das Ding aus einer anderen Welt damals, äh, noch so mit, äh, Figuren zu machen und, äh, mit so kleinen, äh, Gebäuden, wo man gedreht hat, wie heißt das hier nochmal? So ein, so ein, äh, Modell von der Stadt und da ist so ein großes Monster. Das würde ich geil finden, wenn, ähm, Amerika sagt, okay, wir machen Akira jetzt mit so Stop-Motion. Wieder zurück zu Stop-Motion. Aber nein, wird nicht passieren und ich glaub, das wird genau so eine, ähm, nicht sagende Grütze werden, in meinen Augen, äh, wie die meisten Marvel-Filme. Also die, die haben für mich keine Botschaft und, ja, muss ich mir nicht angucken. Aber ich habe ziemlich viel geredet und, äh, trinke jetzt erstmal einen Schluck Bier. Ihr könnt euch überlegen in der Zwischenzeit, was schreibt ihr in die Kommentare? Freut ihr euch auf, ähm, die Anime-Verfilmung? Ähm, ärgert euch das vielleicht ein bisschen? Habt ihr der Hoffnung, dass es gut wird? Denkt ihr auch eventuell, dass es, ähm, nicht der richtige Weg ist, dass sich Hollywood was Neues ausdenken muss? Was denkt ihr über die ganze Marvel-Schiene? Würde mich mal interessieren. Haut in die Tasten, ne? Haut mal was raus, Leute. Haut mal richtig was raus. Und ich, äh, trinke erstmal einen schönen Schluck Bier. Mhh. Oh, herrlich. Die hatten nämlich, äh, Mönchshof. Ähm, ich bin ein großer Mönchshof-Bier-Fan. Hatten die bei mir im netto im Angebot. Habe ich mir natürlich gleich mal so einen Viererträger. Das sind keine Secherträger, das sind Viererträger mit, äh, jeweils, ähm, vier halben Liter Flaschen drin. Geil. Also schmeckt wirklich hervorragend. Ähm. Probiert's einfach mal, ne? Und kauft euch das mal. Also ich krieg kein Geld dafür. Es ist einfach nur ein Tipp. Ein wohl, äh, gemeinter Tipp. Weil das ist ja kein Affiliate, äh, nicht Links, sondern ein Affiliate-Tipp. Das wär geil. Das nächste Thema, Affiliate-Tipps. Ähm. Du sprichst irgendwas aus und der Algorithmus von Google, äh, wenn du jetzt ein produzierender Künstler in Anführungsstrichen bist, münzt das im wahrsten Sinne gleich um, dass du, wenn du schon aussprichst, Geld bekommst. Und da gibt's einen Multiplikator, ähm, zum Beispiel im Livestream. Du sagst irgendwas, bumms, der Algorithmus, äh, fängt an. Und dann, wieviel, äh, Zuschauer sind da? Multiplikator. Und wenn dann jemand noch, äh, in den Chat vielleicht reinschreibt, ja, ich kauf mir das. Noch mal einen Multiplikator. Affiliate-Tipps. Das neue Affiliate-Links. Bestimmt irgendwann, irgendwann wird's soweit sein. Und irgendwann gibt's sogar Affiliate-Gedanken. Äh, jeder hat einen Chip im Kopf. Und wenn du an irgendwas denkst und jemanden, äh, davon überzeugst, so, na, ähm, ähm, dann bekommst du Geld. So gleich so, weißt du, Cash, so, kling, kling, kling. Und der, äh, der Chip, ähm, ist auch, ne, im Kopf drin, kann die Gedanken vielleicht beeinflussen von anderen Leuten. Affiliate-Thoughts. Und, ähm, dann sieht man auch, ähm, an seiner Retina, also der Netzhaut so, katsching, 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 so viel Geld hab ich grad gemacht. Geil. Weitermachen. So wird's alles kommen. Gebt uns noch mal 100 Jahre. Okay, wir werden's alle nicht, äh, mitbekommen. Aber es wird so ablaufen. Total krass. Total heftig. Aber ich war bei Netto, hab ich gesagt, hab mir das Bier gekauft und nebenan bei uns ist auch gleich ein DM. Da war ich auch noch drin, hab Katzenfutter gekauft, weil, äh, meine Katzen fressen gerne dieses Trockenfutter von, 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 von DM. Und ich bin an der Kasse und ich dachte mir so, okay, scheiß lange Schlange, sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Ähm, dann hat eine zweite Kasse aufgemacht. Und ich hab schon diese Frau, die neben mir, also, äh, sie hat sich nicht hinter mich gestellt, sondern neben mich, äh, an die Schlange. Und, äh, war schon so nervös. Und so, mh, 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 die hab ich schon im Laden gesehen. Da war sie auch schon so nervös, so, mh, 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 mh. Und, ähm, dann tippt sie mich die ganze Zeit an, als sie gesehen hat, dass die Kassierer dann, wollen sie sich nicht anstellen? Wollen sie sich nicht anstellen? Mh, 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 mh. Und ich guck sie nur an und so, oh, ich hab nicht mehr irgendwas gesagt. Ansonsten, äh, sag ich immer noch so, nee, äh, gute Frau, komm, geh mal. Und ich hab sie nur angeguckt und hab so, oh. Und ich so, oh, komm, kotzt mich. Äh, komm. Ich hatte eh einen schlechten Tag und ich dachte mir, oh, komm, fick dich. Hab's aber nicht gesagt. Und sie so, oh, komm, ey. Mh. Aber sie ruhig. Und dann ist die, äh, als die Kassierer sich hingesetzt hat, bumm, so richtig nach vorne. Hat noch so eine junge Frau mit so einem Kinn so geschnitten, überholt. Das Kind wollte grad was rauflegen. Bumm. Sie war vor ihr und hat dann, ich so, okay, bei solchen Leuten, ne, ähm, sie war zwar schneller aus dem Laden, aber jeder hat sie gehasst. Ähm, da bin ich doch lieber ganz ruhig und denk mir so, okay, wenn ich's nicht eilig hab, ich weiß ja nicht, was sie vorhatte. Vielleicht hatte sie noch ein Date mit, ähm, irgendjemandem, der sie auch mal wollte. Also, so wie sie aussieht, wahrscheinlich nicht. Oder wie sie aussah. Aber vielleicht war das ja so. Ich will sie ja gar nicht als Schlampe darstellen. Äh, obwohl sie in meinen Augen eine war. Definitiv. Und, ähm, heute, also bei Netto, dann, ähm, wo ich davor war, da war's auch ganz lustig. Ähm, ich pack so meine Waren aufs Band und, äh, hinter mir waren so, äh, ne, ähm, drei Leute, die sich wirklich drei packen, diese billigen Bistro-Baguettes. So. Gekaufen wollten. Und ich wollte sie grad nach vorne bitten, weil ich dachte so, okay, ähm, ne, ihr habt nur diesen scheiß Klingelkram und ich hab ein bisschen mehr, komm, geh mal vor. Ich wollt's grad sagen, dann kommt da irgendwie so ein Typ und so, äh, ihr da. Ha? Habt ihr draußen grad mal ne Frau angemacht? Und sie so, bitte. Wir haben mal ne Frau da vorne, ne, äh, die hat gesagt, ihr habt sie angemacht. Ist das so? Und sie so, äh, nee, nee, wir haben doch nur, äh, wie heißt der Fußballverein hier nochmal? VfL. VfL-Lieder gesungen. So, äh, nee, haben wir wirklich nicht. Okay, sagt der Typ, ähm, ich hab mal ne Idee, ne, also ihr geht ja gleich raus, ähm, ihr könnt ja gerne mal an uns vorbei und wenn meine Frau euch erkennt, dann reden wir nochmal, ne? Und die so, ja, gut. Er geht weg und ich schon so, hm, das wird lustig. Okay, dann lass ich sie doch nicht vor. Ähm, hab meine Sachen so aufs Band gepackt, weil ich wollte wissen, wie es natürlich weitergeht. Ähm, und da hab ich mich wirklich beeilt, so, mit dem Einpacken und so weiter. Hab die Typen immer hinter mir, äh, gehört, so. Und ich so, was haben wir denn gemacht, so, wir haben doch gar nichts gemacht. Die hatten schon so ein bisschen Schiss. Obwohl die zu dritt waren. Okay, das waren zwei Männer, eine Frau. Ja, wir haben doch gar nichts gemacht, wir haben nur gesungen. Und dann haben die auch irgendwas gesagt, so, ja, von wegen Deutsch reden und Deutsch reden. Ich so, okay, ihr wart's bestimmt, ihr wollt's nicht zugeben, ihr habt jetzt so Schiss, eins aufs Maul zu bekommen. Weil irgendwie kamen dann so ein bisschen Nazi-Sprüche noch raus. Der Typ, der sie angemacht hat, der hatte auch eine etwas dunkle Rautfarbe. Und ich fand die so tough. Wie er vor denen stand, die waren noch ein bisschen größer. Ah, da habt ihr gerade mal eine Frau angemacht. Die so, hey, was? Ich fand's so lustig. Hab dann, wie gesagt, schnell die Sachen eingepackt und bin dann raus. Ähm, die waren auch hinter mir, ähm, ne, haben ihre drei, äh, Bistro-Baguette-Packungen da bezahlt. Und ich hab gesehen, die gehen raus. Okay, Rucksack auf, Tüte in die Hand, Einkaufswagen, so, boop. Wo sind die denn? Da sind die hinten rumgegangen. Also, ähm, äh, also, ja, bei Netto bei uns, also um, um dieses, äh, Kabuff, wo die, ähm, Einkaufswagen drin sind. Da gibt auch einen Weg in eine andere Straße rein. Und ich hab den Typen so 20 Meter so vor mir gesehen und hat schon so geguckt, ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hat sie leider nicht erwischt. Das, na, das fand ich ein bisschen frustrierend, weil ich hätte ein bisschen Rambazamba gerne gesehen. Und, ähm, wenn die wirklich, äh, so nazimäßig den, die Frau beleidigt haben mit einem kleinen Kind, hätte ich's gerne gesehen, wie die ganze Sache geendet ist. Aber man kann nicht alles haben. Haaah. Ja. Das war doch eine tolle Geschichte, oder was? Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Und, äh, da kommen wir gleich zum letzten Thema. Und das ist der Top-Film der Woche. Hoche. 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 Moment. Ja, viele Filme hab ich nicht gesehen. Ähm, ich habe die zweite Staffel von Ash vs. Evil Dead gesehen. Ähm, ich binge gerade so die ganzen Serien durch, die mir irgendwie noch gefehlt haben. Und die erste Staffel von Ash vs. Evil Dead hab ich genossen. Ähm, wollte dann aber nicht gleich mit der, äh, zweiten Staffel anfangen. Hab sie komplett vergessen. Und hab das jetzt mal nachgeholt. Innerhalb von einem Tag, weil eine Folge geht ja auch nur 27 Minuten, hab ich mich mal einen Tag hingesetzt. Hab wirklich die ganze Staffel durchgebinged. Von vorne bis hinten. Und ich muss sagen, top. Also wirklich. Die zweite Staffel von Ash vs. Evil Dead ist um Längen, um Meilen besser als die erste Staffel. Weil, ähm, ich hab mich auch mit Hermann. Also der Video hörte immer ein bisschen, äh, damals unterhalten, ne, über WhatsApp. Ähm, er meinte auch, dass, ähm, sein Kritikpunkt, was mir zuerst gar nicht aufgefallen ist, sein Kritikpunkt an der ersten Staffel war, dass zu viel CGI im Raum ist. Ist mir bis dann noch nicht aufgefallen. Irgendwann kam so ein komischer Dämon und dachte mir auch so, okay. Irgendwie, ja, zerfickt mir auch gerade die, äh, Imagination, äh, die, 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 äh, Kucke von der Serie. Und die zweite Staffel, ähm, es ist CGI drin, aber das ist dezent eingesetzt. Also ich hab so zwei, ja, ich glaub zwei Szenen, die mir wirklich, äh, in Erinnerung geblieben sind, ähm, die in CGI gemacht wurden. Aber daran hänge ich mich nicht auf. Ähm, es ist sowas von over the top. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch die zweite Staffel an. Wenn ihr es schon gesehen habt, ich will nicht spoilern, aber die Szene im, äh, Leichenschauhaus, wo er das Necronomicon in den Leichen suchen musste. Alter, was hab ich gelacht. Ich hab gelacht und gleichzeitig gedacht, ähm, okay, ähm, das ist jetzt unzensiert zu sehen. Okay, es ist Amazon Prime. Man, man muss schon 18 sein, aber, ähm, die FSK hat ja überhaupt keine Chance, glaub ich, bei Amazon Prime und Netflix. Also die machen wirklich, was sie wollen. Deswegen feier ich die beiden, ähm, Medien, beziehungsweise Plattformen, wo man Filme und Serien gucken kann, aufs Härteste. Ähm, das war so, wie viel Blut spritzt in der Serie. Alter Schwede. Ähm, es ist einfach nur geil. Und, äh, Ash natürlich wieder cool wie immer. Ähm, die beiden anderen Darsteller, also seine beiden Kompagnons, ach, wie heißen die nochmal? Pablo und, äh, die Frau. Äh, wunderbar gecastet. Wirklich richtig geil gemacht. Lucy Lawless ist auch mit dabei. Und es wird ja sogar noch, ähm, die Vorgeschichte von Evil Dead, beziehungsweise, doch, eigentlich die Vorgeschichte, wird in der Serie auch mitbehandelt. Und das mit Respekt. Mit Respekt und mit Vorsicht. Also nicht, dass sie alles irgendwie kaputt machen an Story, was schon da war. Ähm, sondern sie bauen das da irgendwie mit ein. Und ich denke mir so, wie geil ist das? Wie geil ist das? Das ist so vierdimensional. Leute, macht weiter. Und ich hoffe, es kommt noch eine dritte Staffel. Weil das Ende ist zwar irgendwie abgeschlossen, aber es, äh, könnte noch weitergehen. Sage ich mal so. Grandios gemacht. Und im Gegenzug dazu kommt jetzt der Flop der Woche. War das so laut? Ich glaub schon. Ähm, der Flop der Woche, ähm, oder der Flop-Film ist auch wieder kein Film. Es ist auch eine Serie. Die hab ich gestern mal angefangen. Ich hab die ersten fünf, ähm, ähm, Episoden gesehen. Und es ist schon wieder Marvel. Marvel's Iron Fist. Oder, oder Iron. Das heißt ja nicht Iron. Ist das ja Iron. Ähm, Marvel's Iron Fist. Was für eine Scheiße. Was für eine Grütze. Also, zum Anfang dachte ich, ja, das kann was werden. Ähm, aber dann dachte ich mir, nee, das wird nichts. Hab's dann noch so ein bisschen mitverfolgt. Hab nebenbei so bei Facebook geguckt und hab mir was zu essen gemacht. Hab's nebenbei laufen lassen. Die beste Szene war wirklich, wo Rosario Dawson, ähm, die hübsche Frau, ähm, aus den anderen Marvel-Serien. So, Daredevil macht sie ja auch mit. Ich glaub, Luke Cage macht sie mit. Ich weiß nicht, ob sie bei, ähm, ach, da wo die Uschi da ist. Wie heißt die nochmal? Ah, Marvel's, äh, Jessica Jones. Ich weiß nicht, ob sie da auch mitmacht. Äh, die hab ich auch nur mal angemacht. Ein bisschen geguckt und dachte mir auch, bringt mir irgendwie nichts. Genau wie Luke Cage. Bringt mir irgendwie auch nichts. Was soll mir das sagen? Okay. Es ist vielleicht nett gemacht, auch, dass das Afroamerikanische mal in so eine Serie reinkommt. Aber der Typ, ich fand ihn einfach zu langweilig. Ähm, die einzige gute Marvel-Serie, die ich jetzt kenne, ist wirklich Daredevil. Es ist fantastisch. Gut gefilmt, geile Storyline, geile Charaktere, ähm, allein schon, äh, der Punisher bei Daredevil. Unglaublich geil. Dann im Gegensatz Iron Fist, okay, da ist so ein Typ, der scheint tot gewesen zu sein, weil er irgendwann mit seinen Eltern im Flugzeug abgestürzt ist. Er hat aber überlebt. Und das war über dem Himalaya, ist er abgestürzt. Hm, dann kam er zu irgendwelchen Mönchen und die haben ihn halt, äh, so lange gedrillt, bis er zu Iron Fist wurde. Ja, das war's. Dann kommt er wieder zurück in, äh, den ranzigsten Scheißklamotten ohne Schuhe und, äh, will in so ein Hochhaus rein. Und, äh, das ist mein Haus und so. Hm. Sagt er zu irgendwie so einem, äh, Zeitungstypen. Also, ja, hm. Dann verkauft er es doch und kauft er wenigstens Schuhe. Dann will er so in seinem Hippie-Outfit, will er in dieses, äh, schicke Haus rein. Wird natürlich rausgeschmissen, weil er denkt, ähm, äh, nicht sein Vater, sondern, da ist er tot, sondern irgendwie so, äh, die Kollegen von seinem Vater, äh, haben noch diese Firma. Und es ist sowas von merkwürdig. Dann lernt er irgendwie so eine Kung-Fu-Tante kennen, äh, die auch ein bisschen gebrochen ist. Und, äh, fass mich nicht an. Und, äh, ich will gar keine Männer kennenlernen. Und, äh, du musst jetzt irgendwie abhauen aus meinem Dojo. Und er so, ich will deinen Meister herausfordern. So macht man das. Ich bin der Meister, aber ich sag, nö. Und er so, ja, okay. Will dann irgendwie, äh, Leute Kung-Fu-mäßig unterrichten. Sagt so, nee, hau ab und so. Nee, will ich auch nicht. Wirklich, das einzig Gute an der Serie war, äh, soweit wie ich das gesehen hab, war Rosario Dawson, war in dem Dojo, mit einem engen Oberteil, mit einer knappen Hose und hat dann so ein bisschen, ne, so, mit der Asiatin, die ich grad angesprochen hab, die so, äh, gnatschig war, hat dann so ein bisschen mit der trainiert. Dann dachte ich mir, geil. Diese Frau ist wunderschön, aber das kann nicht alles sein. Dass man wegen Rosario Dawson eine Serie guckt. Oh, diese Hauptdarsteller. Ich mein, es gibt ja einen Unterschied zwischen, äh, kindlicher Naivität und Blödheit. Und, ähm, äh, ist dann irgendwann in dieser Firma. Es war auch so, so komisch. Zuerst will die Firma ihn loswerden. Dann wird er irgendwie ein Mitglied von dieser Firma. Und dann sieht er so das Büro. Wir haben extra das Büro. Dann ist Vaters nachgestellt. Wir haben sogar noch seinen Tisch gefunden. Und er so, oh, wie geil. Rennt hin, kriecht unter den Tisch. Oh, ich hab hier Aufkleber für meinen Vater hingeklebt. Die sind noch da. Wo ich denk, oh, Junge, komm, echt. Du bist, du, du kannst Kung-Fu. Du, du hast die stehlerne Faust, ähm, die nicht kaputt geht. Selbst wenn man mit einer Axt draufhaut und du kriegst unter den Tisch und sagst so, guck mal, hier Aufkleber oder was? Kauf dir eine Bussi-Bär und leg dich in die Ecke und, äh, weiß ich nicht, halt die Schnauze. Das, das ist zwar wirklich eine so üble Serie, beziehungsweise ist immer noch eine üble Serie. Ich würde sie noch zu Ende gucken. Ähm, so viel Zeit muss sein. Aber habt ihr die gesehen? Auf Netflix, Iron Fist, was haltet ihr davon? Ist meine Frage. Was ist los? Haut mal was raus, Leute. Ähm, lasst mal ein paar Kommentare da. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Die halbe Stunde ist auch wieder voll. Ich verabschiede mich. äh, voller Freude auf eure Kommentare. Ähm. Da ziehe ich mir wieder die Hose aus und, äh, lese sie dann. Entschuldigung. Das war's. Ich bin draußen. Flowtube, ober und out. Pumps, Tschüss.